Ein kleiner Exkurs mit Los Rex, und zwar Red Card Soccer. Ja, oh, nee, ich hab's gesucht, ich hab's nicht mehr gewusst. Das hast du doch sehr als Herz geschlossen, ich hab's zum Beispiel noch nie gespielt. Tja, jetzt kommen wir zum dritten Genre. Action Adventures. Ja, Action Adventures, auch halt gemeint. Und Adventures. Und Adventures, weil das ja auch ein ziemlich großes Thema ist, wo wir uns, oh, sagen wir mal, ganz so gut auskennen, ja? Ja, diesmal fängst du an. Ich fang an, okay. In der Szene sah er so ein Stoff aus. Er sah ziemlich klein aus, weil er sein Geo 3 eingesetzt hat, das ist ja immer so ein kleines Baby-mäßig. Das sah so lustig aus. Ja, das sah geil aus.